Das sieht man, ne? Da sieht man, äh, die kommenden Fotos haben bei Adana, die schönen Teufel haben zu. Und da geht's. Da hat man ein bisschen hier die eine Seite schon gezupft. Da war ganz viel Vitapil drin, ne? Ganz viel war da drin. So, nochmal ein Stück nach vorne, dass man sieht, wie man läuft. Ja, sie stellt's auf. Ja, sie stellt's auf, aber sie wird es nicht benutzen, richtig zum Upprollen. Da stand die Fotos irgendwie. Entweder sind sie völlig auf die Welt gekommen oder nach einer Falle oder so. Ja, das macht sie gut. Können sie gut anfassen, gut aus der Hand gefressen. Macht sie super. Gut. Gut. Sehr gut.